So, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Mit Reparieren, okay. Eieieiei, wir müssen noch wieder einen... Äh, nein. Nein. Dann probieren wir das nochmal. Das ist ja super, gar keine Kohle für. Dann bauen wir halt den Buggy nochmal. Mhm, 450. It will be a masterpiece, jawohl. Äh, den Buggy baue ich jetzt nur, damit ich, äh, zwei Endings in, ähm, ja, sag mal schnell, ins Rennen schicken kann. Wegen den Forschungspunkten. Das ist dann uns. Ah, Alter, könnt ihr nicht vorher mit der Kohle kommen? Wir haben einen neuen Sponsor. Äh, Cancel, auf jeden Fall. Und, uh, hier kriegen wir eine Menge Kohle. Ähm, tausend. Ah, der Buggy sieht schon mal gut aus. Hm, 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 hm. Oh, der Buggy wird richtig geil. Boah. Das ist natürlich besser, als wenn man... Äh, warte, gleich habe ich's. Einen dicken V10 Motor rein und ein Reifen und ein Chassis. Reiner mit. Er ist natürlich scheiße, weil er... Naja. Jetzt auch nicht unbedingt die Welt, aber gut. Alter, der Buggy wird sogar schneller wie mein... Oh, nicht schlecht. Komm mal, Fettie da, Jungs. Hm, 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 hm. So. Bitte. Ihr seid noch zu schlecht für den V10. Da freue ich mich ja gar nicht, wenn der... Äh, sag mal schon, der V... ...12 kommt. Kam der überhaupt noch? Ja doch, V12 kam noch. So. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Starten. Dem, dem, dem. Partymucke, partymucke. Zack, 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 zack. Ach, schon wieder letzter, ey. Mal gucken, ob der Buggy was rausholen kann. Ja, der ist sogar schneller wie mein... Ja, scheiße. Und hält sich relativ, naja, gut an der Front. Und mein Supercar... ...das letzter. Na, dürfte. Das war's denn, sauber. Naja, Buggy. Biss immerhin noch schneller wie... ...ne andere... ...Kackfragen. Toll, fünfter. ...letzter sogar noch. Ja, gut. Wir haben Forschungspunkte. Upgrade, Parts, V10. Ach, der kostet so viel, ey. Was können wir noch upgraden? Der Supercar. Warum nicht? Nein, nicht ihr. Ihr. So, 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 so. Resign. Hm, Resign. Ja, ja, ja. Hm. Ich frage mich... Was? Aber gar nicht geklickt? Naja, was soll's, ne? Boah, 20 Speed mehr? Was, reine Sache. Bloß kostet der Krempel auch wieder gut. Boah, die sind alle so schweineteuer. Ich probier mal den Grand Prix. Versuch ich mal mein Glück in vier Wochen. Na, super. Na, 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 na. Äh, können wir... Können wir... Mehr Speed ist immer gut. Zwei Wochen? Zwei Wochen? Sollte klar gehen, oder? Ja, wieder nur Plus... Oh, ist schon wieder Plus 20 sauber. Ja, vielleicht wird da doch was. Äh, welcher Fahrer ist eigentlich besser? Alonso, oder? Ach, egal. So, wo sind wir? Malai... Malaisia. Skippen. Skippen. Boah, wie viele sind denn hierbei? Ich bin begeistert. Was ist das denn für eine Map, ey? Hm. Mächtig schlecht sind wir. Ja, immerhin. Wird super, klar. Das kann schon... Mal abkacken. Ne, das wird nix. Dann müssen wir abbrechen. Waze... Schedule... Neun. Wie kann ich das denn abbrechen? Kannst du mir das mal sagen? Kann das gar nicht abbrechen. Was soll denn der Kack? Ich möchte das doch nur... Abbrechen... Abbrechen... Boah. Boah. Was dran wird wir hier an Kohle kriegen? Vorfahrt. Ich möchte den abbrechen. Geht natürlich nicht. Aber wir können ja mal ein Single Waze. Und zwar in Brasilien. Meine Lieblings... Map. Drei Wochen? Drei Wochen. Na super. Boah, wir haben ja richtig Kohle, ey. Bauen wir hiervon mal nochmal ein. It will be a Masterpiece. Ja, sicher. Das ist doch besser. Bauen wir hiervon mal nochmal ein. Komm schon, mit Aura. Türkei Grand Prix. Vorfahrt. Kein Bock. Aber das Brasilienrennen. Ja. Dieses Spiel mit Forschungspunkten zu bekommen und so ein Kram, das ist irgendwie... Füffel in den Arsch. Ja, ey. Mit dem Buggy bin ich auf Platz 1. Ey, ich geh kaputt. Pole Position. Vielleicht gewinnt er ja sogar. Man weiß es nicht. Alter, hör auf zu rammen. Soll ein... Oh, wie seid ihr denn für schnelle Viecher, ey? Ja, du pinket Luder, ey. Alter, ram dein eigener Teammate nicht. Was soll denn der Mist... Boah, wie fährt der denn da, ey? Okay, besoffenes Stück. Dritter war auch nicht schlecht. Boah, ist die Karre gedamaged. Aber irgendwie bekommen wir auch nicht wirklich... ...was ich haben möchte. Ja, la, Protokoll. Komm schon, Speed, Speed, Speed. I need the Speed. Hm. Meisterwerk. Da bauen wir jetzt erstmal einen dieben Motor ein. Cola mehr genug. Und die andere Karre können wir verschrotten. Den hier. Scrappen. Ich bitte die 47... Du bist doch... Ach, naja. Können wir noch hier? Karre Kamera? Nee. Nee, nee, nee. Das darf müssen wir tun, ne? Du, du kriegst bestimmt eine Menge... Tech. Plus 8... Boah, wie geil, ey. Das geht klar. Wat, wat, wat? Vorfahrt. Warum kann man die Scheiße nicht abbrechen? Na ja, machen wir an dieser Stelle mal wieder ein Poeskill. Bis denn. Abo... com o boz Evangelium. Bei Anfang. Wie geil.